In der Sprechstunde schaue ich regelmäßig Kindern mit meinem Otoskop ins Ohr. Im Idealfall habe ich freie Sicht zum Trommelfell, weil sich nicht zu viel Ohrenschmalz im Gehörgang befindet. Was Ohrenschmalz ist, wofür es gut ist und was man machen kann, damit es nicht stört und mehr erfahren Sie in diesem Video. Grüß Gott und Hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. Es freut mich, dass ich mein Wissen an Sie weitergeben kann und Sie sich dafür interessieren. Freue mich natürlich über einen Daumen hoch und wenn Sie meine Videos gut finden, auch über ein Kanal-Abo. Ohrenschmalz wird ständig durch Drüsenzellen im Gehörgang gebildet. Jeder kennt diese gelb-bräunliche, klebrige Masse, die aus dem Gehörgang rauskommt und mehr oder weniger gut in der Ohrmuschel sichtbar wird. Die Aufgabe des Ohrenschmalzes ist es, den Gehörgang möglichst sauber zu halten und Infektionen zu verhindern. Wegen dieser Klebrigkeit bleiben z.B. kleine Fremdkörper wie Staubpartikel daran hängen. Zudem hemmt Ohrenschmalz, das wir Fachleute auch Zerrume nennen, das Wachstum von Infektionserregern wie Bakterien und Pilzen und hilft dabei, Infektionen zu verhindern. Es wirkt also antibiotisch und antimykotisch. Durch einen ausgeklügelten Transportmechanismus wandert das Ohrenschmalz automatisch langsam und ständig von innen nach außen, sodass dieser Reinigungsmechanismus immer im Betrieb ist. Im Normalfall brauchen wir eigentlich gar nichts tun, außer das außen sichtbare Ohrenschmalz mit einem nassen Lappen einfach wegzuwischen. Sicher wissen Sie ja, dass Sie zum Putzen keinesfalls mit Wattestäbchen in das Ohr hineinfahren dürfen, weil Sie dann ja das Ohrenschmalz nur hinein, also zum Trommelfell hinschieben und damit einen künstlichen Pfropf erzeugen würden. So ein Pfropf kann zu Schmerzen oder zum schlechteren Hören führen, vor allem wenn er das Trommelfell berührt. Jetzt gibt es aber Menschen, die produzieren einfach sehr viel von diesem Ohrenschmalz. So haben Kinder, deren Eltern viel Ohrenschmalz bilden, oft ebenfalls viel Schmalz im Ohr. Das kann dann durchaus auch mal zu einem unangenehmen Fremdkörpergefühl führen und das Transportsystem überlasten, sodass das Ohrenschmalz nicht mehr nach außen transportiert werden kann. Es wird in Folge immer härter und schlussendlich bildet es eben einen Pfropf. Um den zu entfernen, braucht es dann schon einen gewissen Aufwand. Aber um genau das zu verhindern, gebe ich Ihnen jetzt den entscheidenden Tipp. Warmes Wasser ist in der Lage, das Ohrschmalz flüssig zu machen. Wenn Sie also regelmäßig darauf achten, dass Ihr Kind beim Baden mit dem Kopf bis zu den Ohren im Wasser liegt, am besten schon vom Babyalter an, dass es das gewöhnt ist, kommt es regelmäßig zu einem natürlichen Ausspülen des Gehörgangs. So bleibt für mich als Untersucher der Gehörgang und die Sicht zum Hormelfell immer ausreichend frei und so wird auch sicher eine Pfropfbildung verhindert. Sollten Kinder nicht baden wollen oder nicht können, weil es nur eine Dusche gibt, dann müssen Sie die Brause so ans Ohr halten, dass warmes Wasser ins Ohr gespritzt wird, wobei es hilfreich ist, dabei das Ohr wie beim Ohrenlangziehen nach hinten oben zu ziehen. Dann kommt das Wasser auch tiefer in den Gehörgang. Beim Rauslaufen des Wassers nimmt es dann dieses überflüssige Schmalz mit. Diese Methode eignet sich also hervorragend für die Vorbeugung von Pfropfbildung bei übermäßiger Ohrschmalzbildung. Vor allem, wenn sie bei jedem Baden und bei jedem Duschen durchgeführt wird. Was kann man tun, wenn es zu einer Pfropfbildung schon gekommen ist? Der Hals-Nasen-Ohrenarzt kann dann entweder mit speziellen Häkchen unter sich das Ohrschmalz herauspriemeln oder es heraussaugen oder herausspülen. Da gibt es verschiedene Methoden. Manche Kinderärzte können das übrigens auch. In der Apotheke können Sie Mittel wie Ohrschmalzlösende Öle oder Sprays bekommen, die Sie in den Gehörgang träufeln oder sprühen. Nach einer gewissen Einwirkzeit spülen Sie das Ohr mit der Duschbrause wie vorhin beschrieben. Denken Sie an das Ohrenlangziehen. Manchmal muss der Vorgang wiederholt werden, bis das Ohr wieder frei ist. Aber am besten ist, Sie verhindern ein Ohrschmalzproblem durch regelmäßiges reinlaufen lassen von warmem Wasser beim Baden und Duschen. Übrigens, ich höre öfters von Eltern, dass sie bewusst das Köpfchen beim Baden aus dem Wasser halten, damit ja kein Wasser ins Ohr läuft. Aber natürlich darf auch beim Baby Wasser ins Ohr kommen. Denken Sie daran, es ist ja neun Monate im Fruchtwasser gelegen. Und das hat ihm auch nichts ausgemacht. Wenn Sie zukünftig bei Ihrem Kind und sich selbst regelmäßig beim Baden oder Duschen daran denken, auch Ihren Gehörgang mit warmem Wasser zu spülen, werden Sie beide zukünftig stets von Ihrem Arzt gelobt werden, weil der freie Sicht auf das Trommelfell hat. Wenn Sie noch Fragen haben, dann schreiben Sie gerne in den Kommentar. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.